«Fokus» mit attraktiven Lehrstellen bei Weisshaustechnik. Und «Ulrich», Erlebnis von einem Ursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design. Der «Fokus» am Freitag, willkommen zurück. Seit 1999 hat er über 400 Match für den EV-Zug gespielt. Jetzt hört er Ende Saison auf. Der 5. Verteidiger Patrick Fischer, unser Gast heute im «Fokus». Willkommen. Hallo. Wieso der Entscheid gerade jetzt? Es ist ein Entscheid, der über die letzten Wochen, über die letzten Monate bei mir greift. Es war ein Prozess, der sich jetzt so ergeben hat. Es gab für mich Optionen, entweder noch weiterspielen mit einem anderen Klub, vielleicht zu gehen oder aufhören. Nachdem ich mir das gründlich überlegt habe, in den letzten Wochen und Monaten bin ich zu diesem Entschluss gekommen, dass es für mich so stimmt und ich werde Ende Saison zurücktreten. Wäre es nicht noch reizvoll, als die EV-Z so aufrüstet für die neue Saison und man vielleicht auch vom Meister träumen kann, noch eine Saison anzuhängen? Es ist immer schön. Man hat das Hobby zum Beruf gemacht. Es ist eine Leidenschaft, die man ausüben darf. Aber man weiss, es ist irgendwann fertig. Für mich ist der Entschluss jetzt gefasst. Ich bin glücklich mit diesem Entscheid und es wäre vielleicht vom Körper her sehr gut möglich gewesen, um noch eine Saison 2 weiter zu spielen. Aber grundsätzlich bin ich immer einer mit mir und freue mich auf die Zeit, die kommen wird. Die Zeit, die kommen wird. Was haben Sie nach der Eishockey-Karriere geplant? Ja, ich habe gewisse Vorstellungen und Pläne. Es ist im Moment noch nichts Konkretes rum. Jetzt haben wir einen Jobangebot für nachher konkret. Aber ich lasse das jetzt mal auf mich zukommen. Im Moment zählt eh noch die Meisterschaft mit dem EVZ. Und das, was nachher kommen wird, wird sich dann zeigen. Auf der Meisterschaft haben wir noch zu reden gekommen. Ich bleibe jetzt noch beim Rücktritt ganz kurz. Das heisst, wirklich ganz fertig. Man sieht sie nicht mehr auf Schleifschuhen ab der neuen Saison. Oder vielleicht gleich noch irgendwo als Trainer. Es ist gut möglich, dass man vielleicht im Juniorenbereich noch als Trainer tätig sein wird. Es ist immer schön, mit den Jungen zusammenzuarbeiten. Ich mache das jetzt schon die letzten zwei Jahre, dass ich beim EVZ bei Piccol und Bambini aufs Eis gehe. Es wird sich jetzt aber zeigen, was ich schlussendlich machen werde, nach der Karriere. Und wie viel Zeit es dann noch übrig bleibt. Sie waren Ihre ganze Karriere nur bei zwei Clubs. Beim EVZ als Profi und bei den Rappersville-Jona-Lakers. Sie haben 63 Länderspiele gemacht. Sie waren an zwei Weltmeisterschaften. Wenn Sie zurückschauen, auf die langen Karriere, was war das persönliche Highlight? Es gibt viele Highlights, wie angesprochen. Mit den Nazi-Spielen und zwei Weltmeisterschaften dabei zu sein, das war eine besondere Ehre. Es war etwas sehr Schönes, sehr schöne Erfahrungen. Es gibt auch andere mit Rappi, mit denen wir eine Halbfinalkalifikation erreicht haben und vielleicht nicht jeder damit gerechnet hat. Das sind auch solche Momente, die sehr schön sind. Sie sind Bündner. Sie haben bei Chur angefangen in der Nationalen IGB und kamen dann in die Innerschweiz. Als Bündner müsste man schon das Gefühl haben, mal so beim HC Davos, das wäre es doch schon normal. Ist das nicht so als Bündner, dass man vielleicht doch mal gerne D gespielt hat? Es hat sich schlussendlich nie ergeben. Ich kam von Chur direkt auf Zug. Ich hatte ein Angebot von Zug, in dem ich sehr froh war. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, meine Profikarriere in Zug zu starten. Dadurch hat sich das schlussendlich nie ergeben, um in Davos zu spielen. Bei Apersiliona hatten sie auch gespielt. Das ist der nächste Gegner. Heute Abend ein Heimspiel. Jetzt mussten wir die Playoffs fast ein bisschen abschreiben beim EVZ. Jetzt sind es aber nach Verlustpunkten nur noch sechs Punkte. Es sind noch neun Match. Hoffen wir insgeheim noch ein bisschen auf die Playoffs. Ist es wirklich nur noch ein Traum, wenn wir hier noch arbeiten müssen? Als Sporter hat man ja Ziele und diese Ziele will man erreichen. Und ich glaube, wir sind auf einem Weg, oder seit Anfangsjahren wieder auf einem Weg, wo wir herausgefunden haben, wie wir Spiele gewinnen können. Und das ist durch das Stand gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich Spiel für Spiel nehmen. Wir wollen nicht zu weit vorne schauen, wir wollen nicht zu weit zurück schauen. Wir wollen diesen Moment jetzt nehmen, wie er ist und das Bestmögliche daraus machen. und die drei Punkte, die jeden Abend in diesem Spiel drin sind, die wollen wir holen. Eben mit Musik und einmal die Schwennungen und dann plötzlich ist man dran, als er wird. Und dann könnte es dann eben gleich noch längen, oder? Ja, das ist so. Und dahin arbeiten wir auch tagtäglich. Es ist ein steiniger Weg, der seit Anfangsaison besteht. Wir sind jetzt in einer richtigen Richtung, in der wir weiterfahren wollen. Aber das ist, glaube ich, auch etwas, bei dem wir uns wirklich zum Ziel gesetzt haben, dass wir wirklich nicht von den Playoffs wieder reden, sondern wirklich Schritt für Schritt weiter gehen. Aber trotzdem, es war schon ein Spezielles, als plötzlich die Vereinsleitung kommuniziert hat, dass Playoffs kein Thema mehr sei. Wir müssen uns jetzt mal auf die Playoffs konzentrieren. Wie haben das die Spieler aufgenommen? Ich meine, auf Playoffs konzentrieren. Playouts ist kein Ziel, das hat man schon vor der Saison erreicht eigentlich. Und für uns ist es natürlich immer noch so, dass wir interne Ziele haben, die wir als Mannschaft verfolgen, wo wir konsequent dran sind. Und als Sportler hat man den Ehrgeiz, um wirklich alles zu geben, bis es schlussendlich grün oder rot ist in der Tabelle. Aber es ist noch nicht vorbei. Sie haben es vorhin angesprochen, im neuen Jahr ist offenbar plötzlich der Knopf aufgegangen. Woher hat es denn gelegen? Es ist vielleicht ein Prozess, der es bei uns ein wenig gebraucht hat in diesem Jahr. Es hat sich letztes Jahr vielleicht schon ein wenig abgezeichnet. Man hat die Mannschaft freundet. Es ist doch eine gewisse Substanz in den letzten Jahren aus der Mannschaft genommen worden, an Erfahrung auch neben dem Eis. Und letztes Jahr hat man das vielleicht ein wenig kompensiert mit dem Lockout. die es gegeben hat. Und vielleicht sind wir jetzt das Jahr in dieser Situation, in der wir ein wenig leer geben müssen zahlen. Und als Mannschaft mussten wir uns wieder ein wenig finden, viele Spieler integrieren, junge Spieler, die wichtige Erfahrungen sammeln müssen. Die haben einen gewissen Druck schon von Anfangsaison gehabt. Und das hat einfach das Ganze ein wenig Zeit gebraucht, bis das sich eingespielt hat. Die jungen Spieler nachher sein, gerade als Routine, können das sicher auch viel beitragen. Wie ist Ihre Rolle in der Mannschaft? Ich glaube, alle erfahrenen Spieler sind sehr gefordert. Vor allem in einer Situation, in der wir jetzt sind, in der es nicht so gut läuft. Dass man den jungen Spielern auch die richtigen Tipps auf den Weg gibt, dass man gewisse Sachen nicht überbewerten darf, gewisse Sachen nicht unterbewerten darf. oder dass man irgendwo eine gute Balance findet. Dass man gleich weiter schafft, fokussiert auf etwas, das man schlussendlich erreichen will. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die EVZ noch macht aus dieser Qualifikation und ob es dann am Schluss endlich noch reicht für die Playoffs. Wäre natürlich schön. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und noch einen schönen Rest der Karriere. So muss man es sagen. Ja. Danke für den Besuch bei unserem Studio. Danke auch. So wird also Patrick Fischer, der deutsche Verteidiger des EVZ. Und hier auf Tele1 geht es weiter mit dem Matter und dann mit der Sendung Kontroverse. Ich wünsche gute Unterhaltung und ein schönes Wochenende. Ade miteinander. Fokus mit den attraktiven Lehrstellen bei Weisshaustechnik. Und Ulrich. Erlebnis von der Sursee. Für höchste Ansprüche an Funktion und Design. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.